und ich auch wieder grinder nehmen drei viertel stunde um drei viertel was ist mir gerade bei den büchern ausgegangen das leder okay ja gut ist nicht so schlimm machen jetzt ein kuh spawner so dann machen wir jetzt noch bis halb würde ich sagen aber dafür brauche ich erst mal bitte dann machen wir aber hallo erstmal ein bisschen koppelt für den weg wo wir den weitermachen wo machen wir uns wo machen wir den kuh spawner hin ich habe jetzt ich habe jetzt ein kuh spawner und ein ja ein kuh spawner habe ich dann können wir da hinten noch hin bauen in der softzeiten haus oder aber erst mal hier das sieht ja richtig komisch aus bauen wir den einfach hier oben drauf da bauen wir den einfach hier oben drauf ohne lange rum zu fackeln bauen wir den hier oben drauf also automatisch dann mhm genau mein kippchen ist gerade wieder ausgegangen hier platz braucht man dafür was denn schatz keine ahnung du hast hunger dir ist langweilig und du hast kopfschmerzen frau hast du auch irgendwelche probleme beschwerden oder probleme gerade nicht du bist nicht müde du bist nicht müde so um die uhrzeit schau ich bin gerade mal halb neun ja und ich auch doch doch ja ich freu dir weil ich wach aber ja ich bin auch lange wach ja das bin ich ja ja ich bin ich ohne scheiß schatz ich bin ich du hast doch mittlerweile mein schlafhort muss schon lange in dich aufgenommen so äh ist müsste reichen hoffe ich mal nach mist ach das hink machen wir denn ganz dicht also der dirt geht uns aus so chris ich baue das mal wie ein turm machen sagt es bauen wir wie ein turm auf machen auch zu komisch aus hauen wir wie ein turm hätte ich gedacht halt ansatzweise wie ein turm ok äh ich brauche holz koppel brauche ich nicht mehr ok so ich hoffe das reicht von der fläche her hoffe echt das reicht ähm hier unten hätte ich das ganze Zeug gemacht also das ganze Zeug heißt ähm mich wundert ist das gar nicht spawnt die verteiler station so zu sagen von dem ähm ok gut äh von von der mobsing sense so so aber muss die smelterys major sein das weiß ich nicht keine ahnung wie gesagt ich bin ich bin in smelterys auch nicht unbedingt der profi ich brauche einen tesserakt ich brauche einen dukt ich brauche ich brauche ich brauche fluidpipes gut und äh die wrench wenn mich so ein zombie kloppt das weiß ich nicht tut mir leid kann ich dir echt nicht sagen ob die symmetrisch sein muss so ähm ach jungs geh mal kurz pennen es ist wieder nacht du kannst nichts machen so ähm wobei jetzt ist eh gleich halb ich würde fast sagen jetzt bauen wir das nächste mal also ich baue das nächste mal den den spawning ground zu ende jetzt gibt es gleich essen ja dann bauen wir das nächste mal den spawning ground zu ende wir sehen uns dann auch in den also nochmal neuer versuch so wir sind wieder hier zurück ich war jetzt schon lange nicht mehr drin ich denke wir wollten hier äh schwarze wolle automatisch zur tintensäcke machen aber ich weiß nicht mehr wie das ging ich glaube mit einem pulverizer wenn ich mich jetzt nicht täusche ging das ui renn weiter mit einem pulverizer ging das ähm okay würdest du spiel bitte das laden sieht auch komisch aus bitte danke warte erstmal bitte so hä ich war doch vor 10 sekunden war ich doch da warte mal kurz hopp um geht das schon so jetzt ähm so und zwar probieren wir das ich glaube mit der wolle konnte man schwarze über den pulverizer oder genau da sind dann strings draus geworden und dann aus den strings kommt dann irgendwann mal ein farbstoff mit raus okay das heißt wir brauchen ein paar pulverizer pulver so ne falsches terminal hier wollen wir hin was ist das achso rock crusher so zack dann werden wir ein paar mehr brauchen ich nehme mal die sind ja nicht so schnell 16 stück 16 stück ja 16 stück dann brauchen wir me cable auch wieder nicht mehr so viele ähm ähm ich gebe mal noch cable ein ich glaube dann finde ich das eher als können wir hoffen wir können wir noch fluig stars ja auch nicht mehr so viel ähm da was haben wir dafür gebraucht Mist haben wir überhaupt haben wir nieder Quarz Quarz ein bisschen was okay das kann ich dann mal schnell schmeiße ich einfach einen Maserator da geht es ein bisschen schneller dann machen wir das über den Maserator da geht es ruckzuck hm so Chris steht noch rum ich glaube der richtet gerade sein Discord er versucht gerade Discord zu äh äh zu richten ach bitte fluig stars danke so zweimal fluig stars ME cable jetzt haben wir mal wieder ein paar ich ne ich ja ich glaube ein Stack dürfte schon nachher nehmen wir beide Stacks mit dann brauchen wir Glasfaserkabel da haben wir ja auch wieder nicht mehr so viele eieieiei haben wir Glasfaserkabel was brauchen wir noch darum hasse ich das Programm jetzt schon irgendwie ich weiß nicht bei mir hat es funktioniert und bei mir funktioniert es auch problemlos ähm Redstone Energy Conduit nehme ich auch mal ein paar mit und eine Energy Cell was ich mal gucken muss ist Jellorium haben wir noch 14k also es ist nicht so viel verbraucht gewesen in der Zeit wo wir off-screen waren äh off waren an sich off-screen technisch habe ich ja nur die die Mob-Essenz und da müssen wir mal auch echt langsam schauen dass wir mal mit unseren Mob-Essenz loswerden ähm jetzt hat ist die Frage was brauchen wir noch was brauchen wir noch ME Interface brauche ich ME Interfaces brauche ich ME Interfaces brauche ich mhm Auto Auto Crafting Tables brauche ich ein paar mhm Pipes brauche ich Wooden Pipes Iron Pipes Diamond Pipes davon brauche ich vielleicht ein paar mehr äh Gold Pipes meine ich mhm was brauchen wir noch Wood zum aufbauen also normales Holz nehme ich jetzt einfach mal hier ne nicht Jungle Wood oh gut mach so ein Stack mit 2 ähm was noch was brauchen wir noch überleg grad ne blöde Spinne nicht denk das war's erstmal denk nicht dass wir noch was brauchen blöde blöde grad brauchen wir noch irgendwas anderes ach so die Ranch Ranch ähm boah ach so äh doch äh äh Leadstone Energies und ja ich nehme auch eine äh Leadstone ein paar mehr Leadstone Energies da brauche ich 3 oder so und ein Stack das können wir zur Not immer noch über Ding holen okay wir kriegen sehr viele Strings raus sehr viele Strings und wenig Farbstoff nur ich geh mal kurz pennen ich geh mal kurz pennen ähm damit Tag wird ey hat der Teppich schon immer da? der ist neu hm blong blong ah jetzt müsstest du reden können Chris Test nein kein Test nein kein Test hier wird nichts getestet wieso geht der Scheiß jetzt auf immer? keine Ahnung zack ähm hab ich den Faden verloren achja äh wir machen da hab ich auch noch eine coole Idee ja da brauchen wir mal ein bisschen Eisen ein bisschen mehr Eisen bisschen viel mehr Eisen spawnt gleich was weil ich mal kurz etwas in die Nähe komm ähm der Fader hey I don't know ob du mich noch kennst ah wie der aktiv mitmachen kann dein PC war down hatte ich jetzt vor kurzem auch musste ich schnell Mainboard holen und Cracker und CPU ähm das war der was der mein Dörfler gebaut hat damals keine Ahnung keine Ahnung wer was wer was gebaut hat auf dem Com-Server hab ich mittlerweile lange schon lange nicht mehr mitgekriegt das war so viel ja dann ich glaub dann wird er bald Spaß haben am ich kann es ja mittlerweile sagen am neuen Com-Server auf dem neuen das ist jetzt sozusagen die endgültige Version des Com-Servers die finale Version die finale Version des Com-Servers ähm passt die Lautstärke bei mir so Alex oder ja ja das passt so das passt so ich kann dich zur Not auch immer noch rumstellen einzeln also ne ne weil ich hab dich hundert gedreht auf 17% weil du bist mir zu laut ja ich darfst aber nie vergessen ich hab immer das Großmembran ich hab immer ein Großmembran dran das darfst du halt auch nicht vergessen ich bin immer ein bisschen lauter im Normalfall nein ein bisschen was die Dommelflecke platzt ja ja ich bin hier auf ganz normal Standardeinstellungen im TS bin ich ja runtergestellt auf 15% ach aus Wolle ja ok ich hab's echt auf dem Com-Server nimmer gerallt irgendwann wer was alles gebaut hatte weil sie so viele Leute drum rum gebaut haben ähm so hier wird ich gleich direkt das ME weiß ich nicht haben wir das nicht fast ein bisschen klein gebaut kommt mir grad so du verlegst mich heute Sachen sagt ME Interface so ja wir haben das eindeutig ein bisschen klein gebaut finde ich müssen dann ein bisschen ausbauen oder? na doch ja vielleicht ein bisschen mhm mhm er muss hier das ME probier's ich probier's mal ganz klein zu legen so wir wollen ja Etagen machen das heißt so das heißt aber auch jetzt hier ich brauch hier einmal eine Woodenpipe und sowas wollte ich jetzt euch machen ich weiß es nicht kann ich dir nicht sagen ähm so das ist so ein